Despacito ist euer Song. Ja, du nix ist dir bekannt. Hören wir uns trotzdem noch mal ganz kurz an, damit ihr euch auf das Tempo einstellen könnt. Die Band kramt inzwischen die Noten hervor. Ja, die schauen schon bereit aus. Ihr könnt euch noch kurz unterhalten, bitte geht's aufs Parkett. Auch der Nilo hat natürlich 30 Sekunden Zeit, um seine Tanzschülerin noch mal kurz quasi einzuweisen und ein paar Tipps zu geben. So, Finale. Also jetzt gibt es keine Strategien mehr, keine Tricks mehr, die ihr beibringen kann. Versuch einfach den Tanz gemeinsam zu genießen, das könnte auch unser letzter Tanz sein. Mach die Ohren auf, versuch die Klänge in deinen Körper fließen zu lassen, mach die Augen auf, schau mich an und tanz mit mir. Wie wäre es, wenn wir einfach nur das machen. Also dann, Band ist bereit, das Paar ist bereit. Paar01 tanzt Salsa. Hier sind Corinna Camper und Danilo Campisi. Und dann ist es gut. Ganz schön. hugely ? 0 Ja er ist multi invasivags School. Und ja ich Geht dir das etwas zu dir, dass du dich mit dir bist. Ich bin ein Spasito, aber du hast dich mit dem Spasito, du bist die Spasito, du bist mit deinem Hand. Ich bin deinem Spruch, deinem Spruch. Ich will wieder auf deine Haut, ich will einst du das ein Tysch. Ich will dir noch mein Herz, dein Schatz, dein Lieben. das ist deinem Spruch. Ich will dir das für ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020